Kommen wir zu einem Klassiker für den PC, nämlich das WISO-Steuersparbuch. Das WISO-Steuersparbuch wird von Buhl in Zusammenarbeit mit dem ZDF herausgegeben. WISO ist eigentlich eine Fernsehsendung über Wirtschaft und Sozialpolitik, daher auch der Name, also Wirtschaft und Soziales. Das erste Mal erschien die WISO-Steuersoftware 1991. Mittlerweile ist sie nach der Elster-Software vom Finanzamt die am zweitäufigsten verwendete Steuersoftware in Deutschland. Als Allroundown-Marktführer eignet sich das WISO-Steuersparbuch für Angestellte ebenso wie für Verbeamtete, Selbstständige, Leute in Rente oder für Leute, die ihr Einkommen ausschließlich aus Kapitalerträgen beziehen. Da jegliche Einkunftsarten unterstützt werden, bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung. Die jeweils notwendigen Formulare für die Personengruppe sind direkt enthalten, zum Beispiel das Basisformular für die Einkommenssteuererklärung des jeweiligen Jahres, die Umsatzsteuervoranmeldung, die Einnahmenüberschussrechnung für Neben- und Kleingewerbe oder die Gewerbesteuererklärung. Obwohl das WISO-Steuersparbuch eine Software für den PC ist, kann man es aber auch auf dem Smartphone, Tablet oder im Browser verwenden, wenn man die Software einmal gekauft hat. Wenn man will, kann man seine Daten auch synchronisieren und zum Beispiel auf dem PC anfangen und später auf dem Smartphone weitermachen. Aber hier müsst ihr wissen, dass das WISO-Steuersparbuch als Download-Version für den Rechner am umfangreichsten ist, also mehr kann und abdeckt, als die Web-Version oder die Smartphone-App. Außerdem ist das WISO-Steuersparbuch immer aktuell. Alle rechtlichen Änderungen für das jeweilige Steuerjahr werden direkt per automatischem Update integriert. Eine auch von der Fachpresse gelobte Funktion ist die sogenannte WISO-Steuerautomatik. Hinter dem Begriff verbergen sich eine Reihe von Funktionen, die diverse Eingaben noch bequemer machen. So kann man zum Beispiel seine Steuereingaben aus der Vorjahresversion laden, wenn man die Software schon im letzten Jahr benutzt hat. Die Funktion Banking analysiert beispielsweise das Bankkonto und verbucht relevante Positionen automatisch. Und natürlich kann das WISO-Steuersparbuch die fertige Steuererklärung elektronisch an das zuständige Finanzamt übermitteln. Die Automatikfunktion erleichtert die Steuererklärung vor allem Leuten, die das zum ersten Mal selbst machen. Man kann auch nicht gewünschte Funktionen abwählen. In der Lizenz, die man mit dem Kaufpreis erworben hat, sind alle enthalten und nach Belieben kostenfrei nutzbar. Und neu 2022, der Corona-Check-Up, hilft mit Tipps zum Beispiel Homeoffice und Kurzarbeit, damit man auch da nichts vergisst. Zusätzlich bindet Buhl noch Videos ein, da werden nochmal einzelne Positionen oder Teile des Formulars erklärt. Das WISO-Steuersparbuch kostet regulär 39,99, wenn man die Software einmalig kauft. Im Jahresabo kostet sie 29,95. Meistens findet man jedoch im Internet noch günstigere Angebote, sodass man das WISO-Steuersparbuch für um die 20 Euro bekommt. In Testberichten der Fachpresse wird das WISO-Steuersparbuch übrigens regelmäßig zum Testsieger gekürt, zum Beispiel von der Wirtschaftswoche, Focus Money oder Computerbild. Wer also mehr Zeit in die Steuererklärung reinstecken, aber einfach alles haben will, was eine Steuersoftware so zu bieten hat und auf Nummer sicher gehen will, dass auch komplizierte Steuerfälle abgedeckt sind, der ist mit dem WISO-Steuersparbuch bestens bedient. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr bisher eure Steuererklärung gemacht habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal, um weitere Videos zu sehen. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Müni von Transparent beraten.